Hallo euch und Freunde, Willkommen zu einem ganz kurzen kleinen Ankündigungsvideo und zwar ist ja heute der 31.12. also Silvester und ich gehe woanders hin und derjenige wo ich woanders hingehe, der möchte streamen und zwar er streamt aktuell immer noch um halb drei, da sitzt zwar gerade keiner am Rechner und spielt Counter-Strike von denen aber wenn man den ganzen Sound mal ganz kurz anmacht merkt man, dass sie gerade irgendein anderes Spiel spielen, ich habe keine Ahnung welches die hier sind, hat hier noch eine PS Playstation, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 die stellen hier auf dem Sofa rum und ja, da werde ich morgen auf jeden Fall hingehen zur Silvester-Party und der will ab, was hat er geschrieben, ich glaube ab 18 Uhr wird der streamen bis Open End, also ihr seht ja halb drei immer noch was los und da werdet da auch mich morgen Counter-Strike spielen sehen, wenn ihr Bock habt, einfach mal reingucken und wenn ihr Zeit habt natürlich, also da, guck mal, habt ihr einen gerade gesehen gibt da Leute, die an Silvester auch nicht wirklich Bock haben, das zu feiern ich persönlich bin auch einer, ähm, bin bei ihm einfach wegen etwas zu essen und er hat die Katze und ja, wir wollen natürlich auch spielen und mal gucken, was wir in der Abdiome machen, also ab und zu sieht es halt dann auch mal so aus ähm, aber wenn mal was los ist, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr Zeit habt wenn ihr gerade nicht mit eurer Familie oder so am Feiern seid und dann gucken wir einfach mal, also bis morgen Leute oder bis in, äh, 16 Stunden also wie gesagt, ich schreibe das alles noch in die Videobeschreibung bezüglich der Ankündigung und so weiter twitch.tv slash, äh, pleco, also ich werde das auch nochmal alles in die Dings reinschreiben in die Videobeschreibung, Kommentare überall rein und mal gucken, vielleicht sieht man sich morgen und, ja, dann mal schönen guten Rutsch, wünsche ich euch schon mal denn ich werde wahrscheinlich im Stream aktiv nur spielen und nichts moderieren und so weiter dann wie gesagt wünsche ich euch guten Rutsch und dann sieht man sich vielleicht morgen ansonsten heile hoffentlich im Jahr 2015 bis dahin Leute, bye bye